Das ist von Mr. Tex Murphy. Sturmklaut sind beruhig. Sind Sie mit den Weißrussern oder gegen uns? Ein Weißrusser ist nahe. Probe Ihre Loyalität und wir werden die Wahrheit zeigen. Was war das denn? Da muss noch einen Text Murphy in dem Telefonbuch sein. Okay. So, jetzt USB-Stick. Was haben wir denn hier noch? Lizenz von Maldonado. Schön, dich zu treffen, Maldonado. Okay. Aber wir wollen ja das Ding hier... Ich habe nichts erreicht. Äh... Okay. Ich muss einen Computer-Wiz finden, um die Erinnerung auf diesem Erinner-Stick zu lösen. Ah, wir müssen einen Computer-Freak finden. Ähm... Da habe ich den gerade überfragt. Wer wäre denn jetzt ein Computer-Freak? Hm... Open, ah... Die Pfandleihe hat aufgemacht. Rooks the little gremlin who runs the pawn shop. I've heard that his hard shell is hiding a heart of gold. But if it was, he'd cut it out himself with a rusty soup can lid. Und wenn ich lebe... Murphy! time to look at you. Louis sagte mir, etwas zu schlimm ist, was gerade passiert. Ich habe keine Angst, ich bin schrecklich. Ich mag die Gefahr, aber außerhalb von einem wunderschönen Fall von Amnesie, bin ich okay. Aber Louis sagt, dass du wie eine völlig andere Person seien. Die Welt steht auf den Kopf hin und wieder zurück, würde ich sagen. Ja, vielleicht anders für euch, aber für mich bin ich nur der gleiche alte Text. Also was ist mit all der Wettbewerbung und Wettbewerbung? Oh, Gott! Bitte sag mir nicht, dass das Lumpf auf deiner Hände dich wieder in die pathetische P.I., die ich damals wusste. Das ist ein Schmerz! Das ist richtig. Sarkastisches Mitgefühl, Geheimnisse. Wir machen mal sarkastisches Mitgefühl. Sorry, Rook. Ich kann nur vorstellen, wie hart das für dich ist. Es ist aber zeitig, oder? Ein Einfluss? Bitte sag mir, dass du zurückverwandelst. Einer dieser Nacht wird du von drei Geschichten besitzt. Und es wird für dich sehr schrecklich sein, aber dann werden wir ... Schau, Murphy. Ich versuche dir, dass du einige Detektivskälen hast, aber es war alles so schrecklich, 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 und für mich keine Frage. Schau, meine Überraschung ist, wenn du in den letzten Jahren in jemanden geworden bist, den ich tatsächlich tolerieren konnte. Websters Wörterbuch. Ich würde sagen, zehn Dinge, die du an mir liebst. Keine Worte. Was war das, was du am meisten liebst, über das neue ich? Du hast alle Chit-Chats und bist ein kein-nonsenssens-Kustomer, der in Geld betrifft. Du hast immer noch viel Geld gehabt. Oh, ich verstehe das. Allerdings bekomme ich etwas Döe und plötzlich sind sie beste Freunde. Warum haben sie so viel Geld gemacht? Wie soll ich das wissen? Wenn ich das zwei Tage vorhin fragte, dann hätte sie mich in den Gesicht gebrochen. Äh, das könnte Spaß machen, hilfreicher Empfehlung, nur die Fakten. Das könnte Spaß machen. Ich wäre jetzt mehr als glücklich, dass du es jetzt tun würdest. Oh, sehr lustig. Ich werde sagen, Mercer, dass du einen bestimmten Charme hast. Das macht meine Haut kreuen. Hm. So, Schönheitstipps, Humor für Alte. Wenn deine Haut kreuen, dann wirst du kein Gesicht haben. Also, warum sagst du mir, was ich und meine Charme haben hier gekauft, und dann werde ich hier rauskommen. Alle meine Transaktionen sind in striktes Hoffnung gemacht. Das hat sich nicht verändert. Mhm. Jetzt beim Ernst, wie wäre es mit etwas Hilfe? Persönlichkeitsvergleich, unverblümte Warnung. Ich würde sagen, wir kehren wieder zum Ernst der Lage zurück. Ich habe hier ein paar schwierige Tage, Rook. Und alles, was ich versuche, ist, meine Erinnerung zurückzunehmen. Ich könnte ein bisschen Hilfe nutzen. Okay. Aber ich weiß gar nicht, was möglicherweise zu erklären könnte, was mit dir passiert ist. Äh, glaub mir. Ich werde dir sagen, wenn ich das habe. Äh... Ich glaube, das ist jetzt, wo du fragst, ob ich ein paar Fragen beantworten möchte. Aber das ist nicht! Das ist, äh, sehr nett von dir. Ähm, dass wir jetzt endlich hier mal so ein bisschen was fragen können. So, das sind die ganzen alten Sachen, wa? Ja. Jut, fangen wir mal von oben an. Echt? Er vermisst den Tyrannen in mir. Ich hörte eine Kommotion und sah einen verrückten Mann, die durch die Straße zu gehen und zwei andere Menschen in pursuit. Okay. Ich hatte es in der Hoffnung, dass sie das Flophaus zerbrechen würden. Und sie hätten auch zwei, wenn es nicht für diesen medlemmenden Klint wäre. Aha. Wer, 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 wer ist oder wer war jetzt? Was ist dieser Klint? Keine Ahnung. Archie Ellis! So ein schmerziger kleiner Mann. Utterly obnoxious. Mhm. Ich ging da einmal, niemals wieder. Was mit diesem herrlichen Tee und Insel. Es ist eine verratene Gaschamber. Uff! Schön. Ich wusste, dass sie nichts, aber Probleme mit dir hätte. Ja, das ist anscheinend auch eingetreten, ne? Und zwar so viel Ärger, dass er das nicht überlebt hat. Louis' Nix ist ein absolutes Geheimnis. Was sie in dir sieht, ist ein absolutes Mysterium. Mhm. Ein Prinz zwischen Männern macht mich, ich wünsche, dass ich trotzdem solid Essen essen könnte. Aha, kannst du nicht? Okay. Jahrzehnte, nachdem Chelsea geschehen, kamst du zu mir, um die Leiden zu etwas wertvolles Etwas. Unter denen, ähm, ein verlassen Fabergé-Egg. Du liebst die Straße für lange Zeit. Wenn du nach Chadler Avenue zurückgekehrt hast, du siehst du wie eine andere Person. Äh, äh, darker, äh, äh, mehr gefährlich. Ja, das haben wir nun schon, äh, zum x-ten Mal gehört, dass wir da uns arg verändert haben. Ich verstehe, du hast ein Problem für holograms. Vielleicht ist sie nur dein Typ. Mhm. Mhm. Ich bin sicher, dass du viel mehr über das kennst, als ich. Und einige sagen, du wirst genau wissen, was passiert. Das ist der Mann, der du glaubst, abdukt? Der Mann, den ich gesehen habe, nach der Straße? Ich habe ihn nie gehört, bevor du es mir gesagt hast. Okay. Den Memory Stick lasse ich mir mal zum Schluss. Maldonado? Ah, er setzt den P.I. in den P.I. Ich habe gehört, dass ihr zwei etwas mit einer Rivalry passiert ist. Wie ich immer gesagt habe, du kannst eine Bombe aus einem Dumpster nehmen, aber du wirst nie eine Bombe aus einem Bombe bekommen. Ah, nächste Frage. So. Memory Stick. Was ist das? Ja, wie jetzt? Ich dachte, du kannst uns helfen hier. Die Pfandleiher, die haben doch immer irgendwelche Leute an der Hand, um so ein Ding da zu entschlüsseln. Jetzt, dass Rooks ört sind, ich glaube, dass die Rückseite ört sind. Ahaha. So, und hier lag irgendwas glänzend? Was ist das denn? Eine Amboss? Genau. Steht ein Amboss rum, könnte eventuell noch irgendwann nützlich sein. Natürlich. Ja, ich komme hier zurück und schaue Hubs, bis ich meine Backen rausgebracht habe. 10 Sekunden mehr. Auf jeden Fall. Murphy hat den Ball. Er faked. Er dreht. Rooks, es ist ein 360- Rooks, es ist ein 360- Rooks, es ist ein 360- Rooks. Er war auf der Erde in der Zeit, in der Zeit. Du kennst, wie fliehen Sie? Ich weiß, ich weiß. Und du kennst, wie es funktioniert? Ich weiß, wie fliehen Sie. Ich weiß, wie fliehen Sie. Mein Vater, lange vorhin. Hört mich jetzt an, folgen Sie. Das ist wichtig. Meine Mutter ist eine Amerikanerin in Debraska. Aber mein Vater DNA ist in mir. Ich weiß, wie fliehen Sie. Er war nicht von hierher oder sogar von diesem System. So. Ja. Mal wieder ein kleiner Rückblick. Diesmal direkt auf die Pandora... Akte. Aber was sollen wir jetzt mit dem Ambus machen? Ist mir grad, äh... Argschleierhaft. Um nicht zu sagen, keine Ahnung. Hmm. Elektroshop ist offen. Jemand oder Marmarin? Das ist, dass Zach Williams, der Elektronik-Kartier, hat sich um die Krim zu organisieren. Wir haben unsere Probleme in der Vergangenheit. Zum Beispiel, die letzte Mal, ich hier war, er hat meine Kreditkarte in ein Millionen Stück. Ich hoffe, dass er ein bisschen besser humor heute und nicht ausbauen. Oder ein bisschen schlimmer. Okay, ich will keine Probleme. Geschichtsstunde, Schuld bezahlen, gleiche Seite. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kleine Geschichtsstunde. Das macht zwei von uns. Die letzte Mal, als ich hier war, hast du meinen Kredit. Literal. Hm. Schön. Regierungsversehen, Aufschrei, Bewertung, vergessene Talente. Du hast es, oder? Die bessere Geschäftsbüro hat das SWAT-Team in. Jeder weiß, was mit Leuten passiert, die auf deiner schlechten Seite kommen. Nur eine Reise, warum du hier immer kommst. Und es ist nicht, um nichts zu kaufen. Du weißt, dass alles, was wir tun haben. Hm. Also der hat auch ein bisschen Respekt vor uns, wahr? Immer noch vor dem alten Text. Ist das der neue Elektronik-Shop-Slogan? Ich meine, es ist kein Wunder, dass du kein neues Geschäft bekommst. Warum hast du meine Schöpfe? Du weißt, welches Geschäft wir hier machen. Tatsache. So richtig witzig wird das nicht. Also es ist ein Elektronik-Laden. Mehr nicht. Du sagst, das ist ein entsprechender Front für organisiertes Krieg? Weil das klingt illegal. Schau, die Leute da oben nicht wollen. Sie sagten, du kannst alles, was du willst. Auf Kosten. Und du kannst es sogar auf Kredite legen. Dann werde ich das Geld abziehen. Na, das klingt auf jeden Fall schon mal gut, wahr? Nicht bezahlen. Wir kriegen alles hier umsonst. Tote Männer erzählen keine Geschichten. Ich spreche nicht über deine Bossen. Ich spreche über die Leute da oben. Der, äh, tot. Schau, ich weiß, wie viel du Maldonado liefst. Und ich sollte wahrscheinlich nicht den zweiten Platz haben lassen. Aber er betrachtet Geld. Und er hat einen hohen Profil gehalten. Also ich dachte, es war alles gut. Ich wusste nicht, was er dort machte. Und ich wollte es nicht wissen. Hm. Darauf kannst du wetten, dass du es besser machst. Bescheidene Angeberei? Ja. Ja. Hm, 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 hm. Schön. So. Ich würde sagen, ja, wir fangen mal wieder von oben an. Tex Murphy. Du bist der Mann. Okay. Okay. Wir gut? Total cool alles zwischen uns. Überhaupt kein Problem. Ich habe den Schäden gesagt, dass ich nicht hier war. Das ist technisch wahr. Ich habe nur zurückgefahren, als ich die Schäden gehört habe. Also habe ich einfach das Motorrad wieder zurückgefahren und ausgeteilt. Aha. Du lebst da, also ich werde es nicht sagen. Ja, wie auch immer. Okay. Ja, manchmal sollte man auch nicht wissen, was in so einem Essen drin ist, ne? Es ist manchmal günstiger. Alles, was ich weiß, ist, du bist nicht der gleiche Mann, der hier seit sieben Jahren kam. Definitiv sind wir das nicht. Und er scheint es auch schon gemerkt zu haben. Sorry, darüber zu hören. Ist das, was dich in den Mr. Badass? Ja, das vermute ich mal fast, dass Chelsea's Tod uns da so verändert hat. Ich denke, er ist derjenige, der bei der Check-in auf Maldonado kam. Es muss ein Klient gewesen sein. Ich weiß nichts anderes über ihn. Mhm. Na gut. Ah, der hilft uns auch nicht hier mit unserem USB-Stick. Ja, wenn er da überwacht hat, was er jetzt wohl klar war. Der Mann ist ein Verwachter. Warum hast du ihn nicht, um diese Fragen zu beantworten? Lass uns einfach mich davon ausziehen. Okay? Okay. Passiert mir da nochmal Nachfrage? Okay. Okay. Ja. Gut. Jetzt haben wir den zwar kennengelernt, aber wie geholfen hat er uns deshalb trotzdem noch nicht. Und gerade der Typ hier, also der Pfandleiher ist klar. Äh, aber der Elektronik-Typ müsste eigentlich irgendwelche Hardware haben, die uns helfen könnte. vermute ich jetzt mal. Oder war meine Vermutung gewesen. Können wir bei Luiden... Hey, was kann ich für dich machen, Maif? Aha. Ja. Ja. Diese Halle ist wirklich ein Verwachter. Ich weiß nicht wie ich über diese Hologramus und Menschen-2-2-2-2-2-2-2-2-1-2-2-2-2-2. Aber ja, warum nicht das? Ich kann wirklich nicht darüber sprechen. Ich will nicht darüber sprechen. Wenn sie sterben, wie der Kuss gesagt hat, sie hat das. In Ihren Spiegel. Es ist nur zu viel, was zu denken. Ich habe ein wenig Hoffnung, dass sie nicht mehr sterben ist. Oder zumindest, dass sie in einem mehr friedlichen Weg sterben ist. Ich bin nicht gut mit dem Computer, aber dieser kleine Mann im Barbecue-Grund ist ein Wiss. Ich hoffe, er könnte dich ausgültigen. Aha, okay. Also wir müssen zum Grillimbiss. Du erinnerst ihn nicht. Er hat sich in die Stadt ein paar Jahre zurückgezogen. Nicht ein schönes Mann. Ich lasse es an. Mhm, okay. Okay. Ah, schön. Schokoladenabhängig. Ja. Same old ornery cuss he ever was. Eh, don't bother me none. Nah, I guess I'm just used to it. Nee. Mensch, das ist so gutes Essen. Ich habe noch ein anderes Essen auf der Straße gehabt, seit Francesca die Schmerzen des Himmels. Ich dachte, es könnte ein bisschen in mein Geschäft kümmern, aber nicht so weit. Vielleicht haben wir einfach nicht viele Barbecue-Grunden. Mhm. Sicherlich nicht jedermanns Geschmack. Essen vom Grill. Inspector Burns hat endlich seinen eigenen Barbecue-Grunden öffnet. Ich hoffe, es schmeckt nur wie Arsene in deinem Mund. So, das soll der Typ ja sein, oder? Der uns helfen soll, kann. Aber ich denke nicht, das ist wahrscheinlich noch nicht offen oder so. So, da wippt immer noch das Ding da. Und hier kommen wir irgendwie auch nicht weiter. Hm. Man könnte irgendwie die... Haben wir noch die Leiter in der Tasche? Nee. Den Amboss haben wir. Ich weiß nicht, was ich dachte. Na ja, das war dumm. Na ja, man kann ja mal den Amboss da rüber schmeißen. Das ist ja nicht das Thema. Man kann es ja mal probieren. Ja, ähm, hm. Also er hat gesagt, der Typ vom Barbecue kann uns helfen, aber... Wir kommen ja da nicht hin, ne? Aber da scheint irgendwie... Vielleicht... Vielleicht kann man mit dem Amboss da die Tür einschmeißen. Also da rennen auf jeden Fall irgendwelche Leute rum. Aha, da kommen wir rinnen. Okay. Gucken wir mal schnell mal außen rum. Außen rum rum. Ah. What the hell is that? That's a Svopad. Protecting the universe from imperfect life forms since 1967. It's like a Mall Cop with a 5000 meter volt Taser without a moral code. Be careful, Tex. I could get hurt. Okay. Also das, äh, Police Department hat hier so'n Ding angebracht. Und zwar von, ähm, Maldonados Büro, denk ich mal. Und wenn man da renn geht, dann ist man, äh, hat man so'n leichten Anflug von Tod, wa? Ah, da ist ne Leiter. Könnte man ja mal probieren, wa? Von, von oben abschrauben oder so? Hm. Ist das hier ne Tür? Ich versuch mal den Ambos da runter zu flacken, mal gucken. Bam. Jawoll. Schön. Das war die richtige Entscheidung. Wow. Nothing is so simple or wonderfully effektive than the one force trauma. Haha, schön. So. Ah, jetzt kommen wir da noch nicht rein, wa? Oder haben wir, oder kann man da mit seiner Karte hier vielleicht? Wow. Okay. Hey. Also, ich sag mal, sein Personalausweis, äh, ist weg. Schade. Äh, war jetzt der Zugang zu sein Büro. Und das schauen wir uns dann mal im nächsten Part an. Äh, von daher hau ich erst mal rin und wir sehen uns dann, wie gesagt, im nächsten Part, euer Saint DLP.